Musik Heuer im Herbst wird es sich zum 25. Mal jähren, dass ein kleiner Satellit namens Sputnik ins All geschossen wurde. Seither hat sich im Weltraum viel getan. Was aber bei der Raumfahrt für das Leben auf der Erde, das erfahren Sie in Peter Kaisers Dokumentation Profit für Alle, morgen um 20.15 Uhr in FS2. Musik Ich hab den Stereo-Hit mit dem Weitwinkelklang. Die Pew, Pew spielen mit. Das hört sich immer gut an. Der Philips Stereo-Hit gibt die Blaurosa Kraft. Dieser Radiorekorder hat die Kraft, den ich schaff. Der Stereo-Hit von Philips. Schauen Sie, das ist mein Hochzeitskleid. Ja, richtig romantisch. Ich weiß auch, was wir mit den Haaren machen werden. Aber heute muss mein Haar so schön werden, wie noch nie. Es wird Bildschirm durch das neue Glanz- und Fülle-Shampoo von Gloria. Glanz und Fülle? Das klingt gut. Ja, dieses neue Shampoo wirkt mit speziellem Glanz- und Fülle-Substanz. Tatsächlich, mein Haar ist viel fülliger geworden. Und wie das glänzt, fantastisch. Wie schön du bist. Ist ja auch mein schönster Tag. Das neue Gloria-Glanz- und Fülle-Shampoo. Für beetscheines Haar. Bluestar, der neue WC-Spüler mit dosierter Wirkstoffabgabe. Durch ein völlig neuartiges Körbchen wirkt er dann, wenn er soll. Nämlich nach dem Spülen. Dadurch ist Bluestar wirkungsvoller. Man riecht's auch gleich am frischen Duft. Bluestar, der neue WC-Spüler für vollkommene Sauberkeit und frischen Duft. Von Thompson. Für den Gartenfreund Grünsiedels Gartenhelfer. Torboflor kennen Sie schon. Jetzt kommt Homona aus uralten Rinden. Ihr Boden wird jünger, weil Homona ihm Nährstoffe schafft. Also Wachstumskraft. Für Pflanzen und Rasen gleichermaßen. Grünsiedels Gartenhelfer. Ihr Garten kann's kaum erwarten. Yves Saint Laurent. Der weltberührte Modeschöpfer. Präsentiert Opium. Präsentiert Rive Bosch. Präsentiert Ypsilon. Der Welterfolg. Drei Parfumkreationen von Yves Saint Laurent. Na, alles sauber? Ja schon. Und wenn Sie kritisch sind? Naja, der Kragen. Das kann man nicht kochen. Warum kochen? Nehmen Sie doch das neue Ariel. Hm, eine Tragebox. Praktisch. Ja, auch die ist neu. Aber das wirklich Neue ist Ariels Allwaschkraft. Da wird jetzt alles rein. Ach, wenn man nicht kochen kann? Ja, immer. Hm. Hier. Ariels neue Allwaschkraft wäscht immer alles Ariel rein. Na? Wirklich. Auch der Kragen. Richtig rein. Das Tischtuch. Makellos. Und wie frisch die Farben sind. Und die Spitzenwäsche. Alles rein. Tja. Alles wird rein. Auch ohne kochen. Von Braun kommt eine neue Küchenmaschine, die einfach alles kann. Sogar einen schweren Gärnteig? Sie kann einfach alles. Rührteig. Auch? Einfach alles. Und ganz einfach. Und hacken, raspeln, schneiden, selbst Pommes frites? Die neue Multipraktik Plus von Braun kann einfach alles. Einfach eine für alles. Das, meine Damen und Herren, könnte jetzt natürlich wirklich die Sensation sein. So ein Fahne hilft nicht in der letzten Minute. Das wird die Entscheidung, meine Damen und Herren. Bitte jetzt ganz fest Daumen halten. Bitte. Ja, aber was ist denn das? Einfach so was, meine Damen und Herren? Die Fans verstehen die Welt nicht mehr. 1 zu 0 für Heidelberg. Cornetto first. Worauf freut sich ein Hobbykoch, wenn er zu Frivissa greift? Gebackene Leber. Backel. Gebackene Karpfen. Gebackene Emmentaler. Gebackene Champignons. Gebackene Meuse. Goldbraune Karpfen. Saftige Schnitzel. Frivissa, das leichte Pflanzenfett zum Braten und knusprigen Ausbacken. Knusper, knusper, saftig. Mhhm. Mhhmm. Mhhm. Mhhm. Was verschenkt der denn da? Die kleine Bosch Küchenmaschine. Aha. Was heißt denn Multifunktionsarm? Huh. Mhh. Mhhm. 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 Ist ja genial. Und jetzt mixt sie. Auch noch Fleisch durchdrehen. Die kleine Bosch kann ja einfach alles. Wieso schenkt mein Erwin mir keine kleine Bosch? Die kleine Bosch jetzt in Aktion mit zweiter Rührschüssel.